Äh, willst du, jaja, willst du in Todt hauen? Ob ich Todt hauen will? Ich kann da drin, hier. Ach, in Todt hauen. Todt hauen will, alter. Willst du in Todt hauen? Stell dir, was ist das für ne Frage? Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Party mit dem Manu. Und was hast du gewürfelt? Hallo. Oh, ich hab eine vier. Ich hab eine vier. Das ist schlecht, ahaha. Uuuuuh. Aber dann muss ich einfach, besser spiele nicht du. Oh nein, ich lande hier immer auf dem Dach auf der Map und dann verliere ich immer. Ne, ne. Zufall? Ich glaube nicht. Alter, ich hab den Weltrekord. Du hast wirklich den Weltrekord auf dieser Map. Ich bin hinter dieser... Ne, bin ich nicht. Echt? Nein, hier sind so viele Leute, aber nicht so. Oh nein, ich hab... Ey, dieses Konzept, ich begreife nicht, was das bringt, ne? Was? Also man spielt sich halt hoch, ne? Ja, aber zum Beispiel, ich kämpfe jetzt gegen jemanden, ne? Ja. Und bin danach dann fast tot, logischerweise. Warum heile ich mich denn danach nicht? Ja, damit ich wer anders wegslenken kann. Achso. Cool. Ja. Was passiert hier? Oh, ich hab einen Bogen. Schön. Hallo? Ey! Ey, wie kann er... Nein! Kannst du mich... Ich will nicht sterben! Ich hab ne Schaufel. Ja, alles klar. Ich hab grad irgendwie so 12 Eile geschossen, weil... Alter. ... von allen Seiten auf mich geschossen wurde in einer Sekunde. Das hat wahrscheinlich so 0,0 Schaden gemacht. So. Komm her. Oh, das ist bitter. Ich hab gewonnen. Oh nein. Was zur Hölle? Ich war die ganze Zeit auf der Schaufel. Aber ich bin Platz 2. Alles... Alles worth it. Zweiter Weltrekord. Aber du hast... Weltrekord in Luxemburg geschafft. Ich meinte allgemein auf Spiel bezogen. Ne 2. Ne 3. Und ne 6. Aber das kann ich nicht überbieten. Und ne 2. Aber drastisch unterbieten. Ja. Weißt du, so ne 5? Dann wären wir wenigstens gleich gewesen. Bam! 2. Oh nein, da hat einer im Bowserfeld bekommen. Oh nein, hoffe ich piekte zurück. Jetzt ist der vor mir. Deswegen ja genau. Leute, du wurdest so outplayed. Vielleicht hätte ich das so machen sollen wie der. Und der war dritter in dem Spiel. Dritter. Ja. Und das ist vor dem ersten. Der Legende. Oh nein, im Mienfeld. Oh nein. Dann werde ich dritter im Mienfeld. Komm zum Suppenhuhn. Komm. Der hat Pfeile im Kopf. Ne. Ich will nicht zu dem. Verpiss dich, Suppen. Können die sich mal verpissen? Warum? Weil die mir meine Sicht klauen. Du hast zwei Explosionen hinter mir. Kann man schwimmen? Oh, vielleicht versuche ich es erst gar nicht. Oh, tot. Kann man nicht schwimmen? Keine Ahnung. Ich wollte den gleichen Weg gehen, den du gegangen bist. Aber ich bin bad. Und du bist gut. Das stimmt durchaus manchmal. Okay. Erster. Ich werde nicht mal dritter. Ich glaube, ich habe verkackt. Nee, da ist einer gestorben. Du gewinnst. Locker. Oh. Ey, komm. Jetzt. Klaus. Jetzt. Erster. Ah ja. Okay. Ja. Also da kann ich absolut nichts für. Scheiß Map Design. Wer denn sonst? Wer denn sonst? Deine Tastatur? Scheiß Map Design. Scheiß Map Design. Scheiß Map Design. Deine Tastatur ist schuld. Alles klar. Ich. Willst du wieder cheaten, damit du gewinnst? Ja. Hoffentlich. Hoffentlich spielen wir bo... Post. Eine 4 und eine 4. Und du? Ja, was soll ich dazu sagen? Eine 1. Eine 6? Noll. Es macht so viel Spaß, eine 1 in dem Spiel zu überfüllen. Das zählt so ungemein. Warum? In der Schweiz hättest du jetzt nur 6. Toll. Danke. Das hat mich wirklich aufgebaut. Jetzt will ich nie wieder Minecraft Mario Party spielen. Endlich. Solange ich nicht in der Schweiz wohne. Ne, aber ich finde das wirklich so unangenehm. Das ist einfach so machtlos. Vor allem auch... Also ich meine, wenn ich scheiße würfel, dann denkst du dir so... Oh Gott. Ich werde sterben. Ich hör da wen. Ja, bin ins and down. Das ist halt geil, wenn der Gegner schon... Du warst, glaube ich, neben mir. Guck mich an, guck mich an. Keine Ahnung, wo du bist. Guck mich an, Alter. Guck mich an. Das ist nicht geil, wenn der Gegner halt schon 3 Items hat und nicht noch keins. Ja, ich kill ihn. Hinter mir. Tschüss, Fado. Ja. Wusste ich. Wusste ich. Ich hab sogar... Ich hab es echt gespürt. Ich wollte mich aber nicht umdrehen. Du bist gestorben. Ich wollte es nicht tun. Ich habe mir jetzt eine Eisenbrust. Oh ja. Die hätte ich gerne mal berührt. Wenn der es mir erlaubt hätte. Okay. Vor allem Julian Libiana geht einfach. Aufschau. Der hat vorhin die ganze Zeit gespammt im Chat, als ich in der Lobby 1 war. Natürlich. Wirklich? Du hast gespammt, als wir in der Lobby 1 waren. Hey, guckt alle meine Videos. Können wir mich nicht abonnieren? Ich nehm auch mit GMP auf. Wenn ihr mich abonniert, dann kann ich das klar machen, dass ihr mit dem redet. Jetzt mal Abos verkaufen. Oder tauschen. Wie nennt man das? Erhandeln. Verhuren. Verhuren, ja genau. Das trifft's. Ah, 20. Und du? 14. Fabrizio. Null Kills. Ja und? Was willst du damit sagen? Ich hatte mehr. Eine 2 hatte ich. Ich hatte auch null Kills. Was macht mein Würfel gerade? Egal. Keine Ahnung. Ich kann, ich, ich, ich hab, was ist das? Ich hab vor 50 Minuten auf den linken Knopf meiner Maus gedrückt. Oh, eine 2. Bowser Fab plus 2. Ja, ich hab dann wieder eine 1. Das tältet so. Du hast einfach in einem Wurf mehr gewürfelt, als ich in 2. Und du hast dann das zweitschlechteste gemacht. Traurig. Dann komm zu mir. Bleib einfach in mir, dann gewinnst du, ja? Eine 1 ist einfach, keine Ahnung. Geil. Das ist wie so ein... Ich weiß nicht. Geschenk. Es ist ein besseres Gefühl, wenn deine Frau nach 20 Jahren mit dir Schluss macht, für jemanden, der 20 ist, als wenn du eine einzelne Minecraft Mario Party würfelst. Was willst du denn? Ja, du gehst auf das Dumme. Verschwindet das auch mal? Hallo, es lag, der ganze Server lag bei mir. Okay, es ist der Server, nicht ich. Oh gut. Ich dachte, mein Internet, weil noch hab ich ja keine 100 Mbit Upload. Ich bin nicht ein Item. Ja, ich hab's gesehen. Komm, ich stirbe. Ich stirbe. Störb mal bitte. Ha, Leben. Ja, gut. Bist du gerade in den Tod gejumpt? Nö, ich bin da gejumpt, wo das war, weil ich schon auf dem Links-Movement war. Oh, ich lebe. Das wäre auch nicht passiert, wenn ich den Server nicht legen würde. Natürlich nicht. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Weil die Sport das aber auch gerade die ganze Zeit unterliegt. Nein, oh Gott. Ich sag's sogar noch. Boah, wie soll man denn da reagieren? Das kann man nicht, das kann man nicht. Es gibt einfach Runden, da denkt sich das Spiel dann, hm, verringern wir das jetzt nochmal um eine halbe Sekunde oder machen wir direkt auf 5,1 Sekunde. Also wenn ich jetzt eine Einswörter komme, dann komme ich auf dem Bowserfeld. Also das ist halt echt, weil da gewinnst du halt wirklich nur noch durch Glück. Eine 4. Eine 5, jetzt wo ich aufs Bowserfeld kommen würde. Und eine 6. Und 27 Felder vorkommen würde. Hm, klar. Eine 5 fühlt sich wiederum wieder besser. Du musst vielleicht auch erstmal gewinnen. Wie wär's? Ja, sag mir. Jetzt tut er die ganze Zeit erster wird, oder was? Bruder muss los. Nicht, er Bruder muss groß? Ne. Deine Mama ist noch nicht da. Da muss ich noch nicht. Passt du dir auf, ne? Oh ja. Es geht. Fähig. Das war weh. Na, so. Meine Mutter meinte auch letztens, ähm, das hatte eine große Rolle bei meiner Geburt. Tschüss. Ich hab mich erdrückt, ich bin jetzt in den Betar gegangen. Ja, klar. Ja, klar. Oh nein. Ja, klar. Hua! Von wo? Ich hab gerade, äh, machen's die Zuschauer. Ja, wo drauf gehen die? Du hast gesagt, du bist jetzt in den Betar gegangen. Und was ist im Spiel? So. Nein. Alter! Weiß doch nicht aus, du Pussy. Oh, nein, nein. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, du bist so ein Wichser. Du hast dir Wichser den Kill gegiftet. Das ist Win-Kill-Trading. Win-Trading. Ne, Kill-Trading. Okay. Also irgendwie muss ich meine Maus in den Puspen. Was tue ich denn? Was passiert denn? Ich bin der beste Spieler der Welt. Das Ding ist, ich sterbe und danach muss ich erst mal 13 Sekunden warten, bis meine Sachen spawnen. Äh, ich hab gerade wen getroffen, aber es ist nichts passiert. Ich wurde gerade getroffen und ich bin gestorben. Lol. Wow, wo fliegst du denn hin? Ja, genau. Ah, das machst du überhaupt keinen Spaß. Wir haben immer wieder die Probleme. Welchen Tag haben wir heute? Keine Ahnung. Deine Mutter ist, äh, deine Mutter. Jetzt hat der Ball. Ja, es laggt sich halt alles weg. Macht's gar nicht. Macht's much fun. Berry, wow. Nice, den hab ich gesnackt durch die Lacks. Nur durch die Lacks, wie immer. Ja, fuck. Ich meinte nicht, äh, durch die Lacks, sondern... Ah, das ist bitter. Du bist doch ein Hacker. Ey, es sind alle weggegangen von mir die ganze Zeit. Ja, klar, von mir nicht, von mir nicht. Bei mir sind Stin geblieben und haben gesagt, Klaus, mit K, töte mich. Töte mich und danach nicht. Also doch mit K. Nein, das haben die gesagt, weil sie mich verspotten. Oh, leg das. Ne 6. Äh, ne, hör, aber, oh, legen. Was? Oh, eh, oh, legen. Oh, eh, oh, vor mir ist einer, auf, so, fehlt. Nein, Mutter, hier, breit. Deine Mutter breit? Was? Nix. Meine Mutter macht was, breit? Dein Vater mit Bier. Oh, aber benutzt man breit nicht, ähm, bei Gras und so? Ich glaube, bei allem, was so wegbeulert, oder? Ich glaube. Oh, ich bin voll, oh, ja, stimmt, ich bin voll breit. Ich glaube, das sagt man ja in dem Kontext. Nein, ich dachte, hier auf, wenn wir vorbei sind. Warum, Klaus, warum? Tschöne ihn. Er hat mir... Ja, gut. Erster, was die Abonnenten angeht, wenn man uns beide vergleicht. Okay, Entschuldigung. Mr. Ich habe weniger als Paluten. Toll, habe ich auch. Womit willst du angeben? Habe ich nie gesagt. I love it. Uh, 19 Tag. Wie kannst du acht Plätze über mir sein? Ja, Skill. Ja. Also der Typ, der mich gefüttert hat, der hat mich komplett aus dem Leben gesnackt. Der hat mir schon den Hit gegeben, bevor es bei mir bei Los gehts war. Eine sechs. Eine sechs. Eine zwei. Bitte, Bowser, fällt bitte und lass mich dann gewinnen. Mist. Ach, ach, ach. Zwei. Eine zwei. Oh, ja, zwei. Küss mich. Ach, liebe zwei. Sei doch mal dankbarer. Ja, bin ich. Sei doch einfach mal dankbarer. Oh. Nice, heiße Kartoffel. Heiße Kartoffel, jo. So, ein Suppen-Honig geht nur. Das letzte Spiel des Amens. Warum? Wie viele Felder fehlen dir noch? Mir fehlen noch über 20. Vier oder so. Okay. Mir fehlen noch vier. Dann werde ich dafür sorgen, dass es nicht das letzte Spiel des Amens wird. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Hier sind Leute. Wait, what, 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 what? Wo, 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 wo? Warum hast du auf einmal eine Kartoffel? Habe ich gar nicht. Nein. Nein, ich lege mich mit einem Kreuz an. Bist du tot? Komm hier hoch. Hier hoch sind die Kreuzgruppen. Hier oben ist die Kreuzgruppe. Ich bleib hier. Bei meinen neuen Freunden. Ich habe eine Kartoffel. Oh Gott. Tschüss. Bam. Das klappt davon, wenn man mit mir spielt. Das war so knapp, Alter. Hat der keine Kartoffeln? Doch. Wuh. Fuck, ich habe ihm eine Kartoffel gegeben. Oh mein Gott, war es knapp. Ich bin ein Gott. Du bist es. Du benutzt mein iPhone. Dein Vater ist dein Vater. Oh ja. Einfach rechts klicken. Hä? Ich kann ihm keine geben. Ach jetzt. Wuh. Boom. Mach boom. Kann man was machen? Mach boom. Mach noch nicht boom. Mach boom. Ja. Ist der oben? Alter, ich bin im Paradies, ne? Hi. Nein. 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 Ich auch. Ich auch. Nein. Nein. Jetzt hast du uns beide gekillt. Ja genau, ich habe mich gekillt. So klinge ich. Ach, wir sind beide Dritter. Hey, du bist der Größte. Du bist nur gestorben, weil du mich haben wolltest. Und trotzdem gewinne ich jetzt. Nee, ich sag's dir. Gib mir eine fette 6. Gib mir eine fette 6. Ich bin nicht gestorben, weil ich dich haben wollte. Ich bin gestorben, weil du gestorben bist. Und ich konnte so nicht leben. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, also ich würde eine 6 würfeln, wenn der Würfel auf meinem Bildschirm. Hallo Würfel. Ja. Tja, Manu. Was? Vor mir ist einfach einer geportet. Eine 3. Ich auch. Und eine 1. Und eine 1. Wir gehören zusammen, wie unseren Namen an der Tür. Ich habe gewonnen. Ernsthaft? Glückwunsch. Ich nicht. Da da. Wo bist du denn? Ach, Platz 11. Das sind zwei Einsen hintereinander. Du bist der Erste, verstehst du? Irgendwo? Was ist besser? 1, 1 oder 2? Eigentlich zwei. Wie die Namen an unserer Tür. Wir leben im gleichen Haus. Oh, hallo. Na gut. What the fuck passiert hier gerade? Alter. Das hat Spaß gemacht. Nicht. Diese Legs, Alter. Also es hat schon Spaß gemacht, aber teilweise auch nicht. Schau in die Beschreibung rein. Da ist der liebe Manuel verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.